hallo ihr lieben ich melde mich jetzt einmal wegen was anderem sonst kennt ihr mich ja immer unter den welten bummler der schöne die welt erkundet und auch foto und videografie macht bisschen hobby mäßig jetzt melde ich mich in privater sache ein bisschen weil mir das ganz wichtig war dieses thema mal bisschen aufzugreifen ich habe jetzt seit einer woche weiß ich jetzt hat dass ich ms habe und habe jetzt dann auch zu meinem erschrecken feststellen müssen irgendwie dass das irgendwie heutzutage noch nicht so in den medien oder besser gesagt auf youtube oder so wirklich ja angegangen wird auch von den jugend weil so wie ich es ja immer so mitbekommen habe betrifft es ja hauptsächlich eigentlich erst einmal die jüngeren leute so zwischen 20 und 40 habe ich so immer bisschen gelesen genau und da war es mir jetzt einfach mal wichtig für mich auch selber persönlich darüber zu sprechen da auch das ein bisschen dadurch zu verarbeiten und in der hoffnung dass man da vielleicht auch ein bisschen kontakt knüpfen kann mit anderen ms patienten das war mir jetzt dazu einfach mal wichtig ein bisschen aufzugreifen da würde ich jetzt gerne immer mal so ein bisschen ein blog machen darüber wie es mir so in den ersten zeiten so ein bisschen ergangen ist einerseits war es mir auch wichtig dass ich dadurch deshalb auch ein bisschen mehr verarbeitet weil ich gemerkt habe ja du kriegst du dir die diagnose im krankenhaus und dann auf einen schlag ja bist denn ms patient und weißt eigentlich überhaupt nicht wie du damit umgehen solltest es gibt auch ich habe roschieren irgendwie so ein bisschen bekommen das ist alles so ein bisschen fachlich alles gewesen wo ich mir denke okay ja grundsätzlich ist schon ganz wichtig zu wissen was es auch wirklich fachlich so bedeutet wie das dann diese zusammensätze sind warum ms überhaupt so gibt weil diese autoimmunerkrankung da möchte ich aber auch so von den medizinischen gar nicht so weit eingehen weil das findet man dutzend male irgendwie auch im internet ich möchte jetzt eigentlich hauptsächlich einfach so über meine erfahrungen besprechen und halt dann auch wo man wirklich merkt okay vielleicht hat jetzt der ein oder andere vielleicht auch irgendwann demnächst die leider gott ist diese diagnose gestellt bekommen und dass man da halt einfach ja ein bisschen rückhalt zueinander hat wo man dann auch merkt okay man kann vielleicht auch ein austausch kommt dann zustande genau das war jetzt so für mich einfach mal wo ich sage okay das möchte ich gerne mit in meinem kanal so ein bisschen mit einbinden natürlich auch immer noch weiter mit welten bummler sag ich jetzt mal wo man sagt okay die reisen die ich so unternehmen möchte ich euch auch immer noch natürlich näher liegen weil es mir halt auch wichtig ist dass das leben irgendwie einfach auch wieder weitergeht und mir ist das ganz ganz wichtig wo man merkt okay jetzt hat aktuell natürlich weiß jetzt noch eine woche erst alt ist mit der diagnose bin habe ich natürlich noch sehr stark damit zu kämpfen aber es sollte ja irgendwann einmal auch wieder ein geregelter normales leben dann auch kommen und das ist mir auch ganz wichtig deswegen möchte ich es auch in diesem kanal mit einfließen lassen genau ich hoffe das stört euch soweit nicht wenn gibt mir einfach rückmeldungen wenn irgendwie was sein sollte ich bin für alle fragen antworten immer sehr gern bereit und genau jetzt einfach mal so ein bisschen zu meiner person ja leider gottes meint irgendwie sag ich jetzt mal ich weiß es nicht wer es ist ob es der gott ist oder ob irgendeiner da oben ist der meint im moment nicht gut mit mir also zurzeit bricht es leider bei mir nicht ab es hat jetzt damit bekommen dass meine mutter sei fort drei jahren jetzt verstorben ist an krebs die hat auch ja das ging leider schon sehr sehr lange jahrzehnte jetzt hat eigentlich schon haben wir da einmal zu kämpfen gab es hat mit brustkrebs begonnen und jetzt dann vor drei jahren ist er dann verstorben das hat mich sehr zugesagt dann habe ich jetzt natürlich die diagnose ms bekommen was natürlich auch nicht so schön ist ja genau und da möchte jetzt einfach einfach ein bisschen darauf eingehen dass man da dass ihr vielleicht auch wenn jetzt jemand eine neue diagnose bekommt auch wieder mit ms wo man merkt okay hey wie war der verlauf jetzt bei mir wie ist der verlauf gleich bei euch gewesen dass man da einfach einen schönen austausch hat und das würde mich sehr freuen so bei mir ging es jetzt so los dass ich anfangen wir haben 14 machen was anders genau von vorne erst mal zu meiner person ich bin 34 jahre alt wohnen in nürnberg im schönen bayerischen fränkischen land genau bin verheiratet sehr glücklich habe einen hund der ist der heißt foto der tut uns natürlich in so einer situation sowas von gut der weckt hier alles so ein bisschen auf und man hat die möglichkeit mit ihm sich ein bisschen abstand zu gewinnen von ganzen und der tut einfach wahnsinnig gut das ist unglaublich schön wenn man wenn man ein bisschen leben im haus hat eine aufgabe hat und da kommt man dann auch so ein bisschen raus von diesen trotz ms erkrankungen und so dass man da so ein bisschen auch wieder ein leichter lieblich hat und das wäre ja tut uns einfach beiden auch sehr sehr gut genau das ist so zu meiner person ich wohne in nürnberg habe ich jetzt glaube ich schon gesagt genau ja so ging es jetzt eigentlich bei mir eigentlich los ich bin am 14 2 22 bin ich an krone erkrankt wie kann man leider gar nicht sagen also das ist ja immer ein bisschen schwer nachvollziehbar dass wir danach zu vollziehen aber die erkrankung hatte ich jetzt ungefähr war dann auch in quarantäne ganz normal wie man es halt so macht und so bin dann am ja plötzlich irgendwie nach dieser krone erkrankung die ärzte konnten jetzt auch nicht sagen ob das vielleicht der auslöser war das jetzt dieses weil eigentlich hieß es ja immer so so hat zumindest die ärztin zu mir gesagt dass jeder ja irgendwie diese ms zellen oder oder diese diese sachen irgendwie schon drinnen hat im körper und bei vielen bricht es nicht aus und bei wenigen bricht zeit aus und da löst dann die forschung ist ja auch noch nicht so hundertprozentig weit aber das kann dann irgendeinen infekt oder irgendwie was ausgelöst haben dass das dann halt so ausbricht wie es ausbricht genau weiß nicht ob das jetzt von dieser krone erkrankung kam dass das dieser auslöser war oder nicht das konnten mir die ärzte leider auch nicht wirklich sagen genau so ließ dann und dann am 15 dritten 22 an diesen besagten dienstag bin ich in der früh aufgewacht und habe dann einfach nur so ein kribbeln in den beinen gemerkt und die taubheitsgefühle in den beinen habe ich jetzt gelesen es soll sehr oft so die ersten anzeichen an einem schub sein von ms habe mir grundsätzlich jetzt noch nicht wirklich viel dabei gedacht irgendwie dachte ich mir okay weil ich auch ein bisschen so bandscheiben probleme so ein bisschen hatte weil ich jetzt auch nicht so der sportlichste bin muss ich ehrlich gestehen dachte ich mir okay wird vielleicht irgendwie ein eingeklemmter nerv sein oder was auch immer muss man gucken dann habe ich da auch erst mal so weit nichts gemacht habe mich ein bisschen mehr bewegt oder sowas immer ein bisschen ja dann ging es dann eigentlich so weit dass das immer schlimmer geworden ist mit diesen taubheit und diesen kribbeln das ist wie so ja wie wenn man auf folgen läuft ich kann das schlecht irgendwie erklären also es war so ein so ein bisschen leichte taubheit ist dann immer ein bisschen stärker geworden wie wenn ameisen so so erzählen sie die meisten immer wenn so ameisen rum krabbeln also ganz unangenehmes gefühl eigentlich auch vom laufen her war das dann schon eher so da wissen wir so ein bisschen ja so umgeschwollen irgendwie ganz komisch gelaufen ja das waren so die andere ersten anzeichen dann bin ich an diesem freitag in dieser woche bin ich dann zum orthopäden gegangen der hat ein rünchenbild gemacht meinte irgendwie von der bandscheibe wäre soweit eigentlich in ordnung diese kleine schrägstellung drinnen drückt aber angeblich jetzt nicht auf den nerven oder irgendwie sowas hat mir dann ja eigentlich soweit nur kortison verschrieben als pro forma sozusagen und meinte wenn es nicht besser wird soll ich halt genau soll ich ins krankenhaus gehen da würde mir halt das südklinikum die neurologie in nürnberg vorschlagen ja gesagt getan leider gottes ist es dann halt nicht besser geworden in der nacht ist es dann noch schlimmer geworden samstag in der früh habe ich dann auch gemerkt dass es immer also nicht besser ist aber jetzt ja auch nicht wirklich schlimmer also das war so gleichbleibend irgendwie aber habe mir natürlich sorgen gemacht weil ich mir dachte wo haben da irgendwie am nerv was ist oder sowas dass es dann irgendwie dauerhaft so bleibt oder man weiß ja nie was da immer irgendwie dahinter ich habe in dem moment noch überhaupt nicht einmal ansatzweise daran gedacht dass das ms sein könnte gar nicht ich dachte halt eher okay das ist eine entzündung irgendwie eingeklemmt was auch immer vielleicht noch durch die corona hatten sie am anfang so gemeint in der notaufnahme dass das vielleicht so eine so ein entzündungsherd da drinnen ist nervlich oder was auch immer habe denen das dann so geschildert bin da ganz normal aufgenommen werden das war irgendwie so ein bisschen verhalten muss ich ganz ehrlich sagen weil die meinen ok da machen halt ein mrt irgendwie in der bandscheiben bereich da mal nachzuschauen dann hieß es aber ja okay samstag wird nur notfall mäßig was gemacht das wissen sie noch nicht dann haben sie kann man dann auch so eine ärztin von der notaufnahme hat es dann alles so ein bisschen aufgenommen ich habe das halt so geschildert wie auch immer die meine das muss ich dann erst mal mit dem chefarzt noch bequatschen ob das so passen würde sagt mir okay wenn die meint dann kamen sie dann irgendwann wieder und meinte ja sie bekommen eine mrt sie werden abgeholt dann haben sie mich ausgeschafft dann haben dann plötzlich der laufende dann immer aber im klinikum dann diese leute rum die dann irgendwie die leute begleiten irgendwo hin dann zum röntgen oder station was auch immer dann kam so einer hat gemeint ja sind sie der und der habe ich gesagt ja da bin ich und dann bin ich denen nachgedabbelt und dann war ich plötzlich da auf der station stand und dachte ich mir ich wusste jetzt nicht dass ich jetzt stationär aufgenommen wird das war mir jetzt nicht bewusst ich dachte nur mrt und dann schau mal weiter nein sie werden aufgenommen und klasse natürlich überhaupt nichts dabei gehabt oder irgendwas wo ich mir gedacht habe halleluja alles klar also ist doch was schlimmeres dann irgendwie soweit noch nichts gemacht dann wurde ich aufgenommen irgendwie halt war erst mal ein bisschen perplex muss ich sagen musste dann auch erst einmal so ein bisschen sortieren was jetzt überhaupt los ist habe das dann auch mit meiner frau erst mal bequatschen müssen weil die war ja auch noch planlos die wusste ja gar nicht was los ist so wie ich dann auch und dann ging es eigentlich ein zum anderen dann haben sie jetzt dann erst einmal ein mrt haben sie dann gemacht da haben sie dann festgestellt hat es gleich wie jetzt im röntgen dass da jetzt nicht so wirklich was wäre auch der nerv nicht wirklich betroffen sei nur leicht glaube ich irgendwie so ein bisschen aber jetzt nicht wo man sagt okay das ist jetzt bedenklich da wäre soweit eigentlich alles in ordnung gewesen naja und dann ist halt natürlich samstags sondern wirklich was passiert montag kamen dann die oberärztin weil ich muss ganz ehrlich sagen ich habe massives glück gehabt ich habe vor einem jahr ich weiß nicht warum ich habe irgendwie so eine so eine eingebung gehabt ich muss eine krankenhaus zusatzversicherung abschließen und muss ich sagen der hat mir wirklich den arsch ein bisschen gerettet also das habe ich dann letztes jahr auch abgeschlossen die haben jetzt natürlich das auch so übernommen habe dann auch chefarztbehandlung und oberärztin behandlung bekommen wo ich im nachgang absolut dankbar war weil ich habe die normale ärztin kennengelernt weil in meinem zimmer war nämlich noch jemand anders gelegen der halt so was leider nicht hatte und der war wirklich eine woche drin und da wurde fast nie was gemacht muss selbstständig immer irgendwie aber sachen erbitten mal ein mrt zu machen mit kontrastmittel dass man da die nerven besser sieht bippa bohn blub also da war es so ein heckmeck und ich habe dann den kompletten vergleich gehabt bei mir war dann der chefarzt jeden früh da die oberärztin wie absolut also hut ab und vielen tausend dank nochmal an die oberärztin im südklinikum die frau lambrecht kann ich nur wärmstens weiter empfehlen wenn jemand hier aus nürnberg betroffen ist südklinikum die oberärztin frau dr lambrecht kann ich wirklich wärmstens fehlen das ist eine ganz ganz liebe und er hat sich so viel zeit für mich genommen und so viele fragen beantwortet und alles gemacht wahnsinn jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift genau dann war es am montag da kam dann der oberarzt und die chefärztin die oberärztin also der chefarzt und die oberärztin kam dann in der früh rein meinten ja jetzt müssten halt mehrere untersuchungen stattfinden weil da in der bandscheibe war halt ist nichts gewesen und so was jetzt müssen sie schauen da müsste ja dann irgendwo vielleicht ein entzündungsherd da sein deswegen halt wegen diesen taubheit naja und dann ging halt so die maschinerie los sozusagen dann haben sie mir dann erst einmal in der hws haben sie dann gemacht gerentscht also die ganze wirbelsäule haben sie dann mit dem mat gemacht dann haben sie nervenwasser entnommen das haben sie am unter auch gleich gemacht also da ging es wirklich schlag auf schlag dann gleich haben dutzende blutentnahmen gemacht bestimmt an dem montag haben sie zwei oder dreimal blut abgenommen am dienstag noch mal blut am mittwoch noch mal also ständig laufen irgendwie blut abgenommen haben dann halt da irgendwelche ja alle möglichen tests gestartet dann am dienstag näher montag war dann noch mal da haben sie dann noch mal die die nerven kontrolliert die wurden dann halt von den beinen weil ich ja da diese taubheit haben wieder die nervenstränge ob die dann schon betroffen waren war dann leider auch so also die auf der linken seite innen liegend die konnten fast nicht mehr getestet werden meint sie an den füßen ging es noch aber die waren alle sehr schwach halt ja und dann wussten so ok da muss irgendwie was eine entzündung vorliegen dass sie da auch schon betroffen sei genau und dann ging es eigentlich nur da dass man halt dann warten musste was jetzt an dem mat von der wirbelsäule rauskommt da hieß es dann am dienstag genau hieß es dann macht man noch ein mat an der halswirbelsäule und am kopf genau dann haben sie noch mal das weiß jetzt schon alles gar nicht mehr muss ich ganz ehrlich sagen dann haben sie dann noch einmal ein mat gemacht genau brust bereich und so was haben sie noch gemacht und die die hüfte und sowas doch da irgendwie was sei das haben sie dann auch noch gemacht genau und dann hieß es eigentlich am klub am dienstag war es genau am dienstag hat dann die oberärzte mich dann irgendwie mal zur seite genommen und meinte irgendwie sie hat mir dann auch die mat bilder dann halt gleich von meiner wirbelsäule gezeigt und hat dann da halt entzündungsherd festgestellt es könnte eventuell sein dass ich ms habe die tests die stehen halt jetzt da noch aus da hat es ja dieses nervenwasser was er da entnommen haben wo ich sage ich habe wirklich mehr schiss gehabt von dieser nervenwasser entnahme weil sie mir das so ein bisschen erklärt hatte dann auch diesen röhrchen was da hinten rein gesteckt wird oder diese diese nadel und dann muss es nach unten und dann drauf das ein bisschen ab aber es ging eigentlich also du hast wirklich schmerzen habe ich gar keine gehabt von dieser entnahme sondern nur das war so ein leichtes druckgefühl wo er die nadel drinnen war und so entnommen worden ist aber es ging also ich muss sagen ich habe es wirklich schlimmer vorgestellt als es wirklich war natürlich hat man da ein bisschen mit kopfschmerzen danach zu kämpfen muss auch eine halbe stunde flach liegen bleiben dass halt ein druck hinten drauf kommt dass es damit nach bluten kann oder was auch immer ja und da habe ich schon ein bisschen mit kopfschmerzen aber sonst ging es eigentlich genau und besagt es wurde dann halt natürlich auch nach köln in ein speziallabor geschickt die dafür ms oder irgendwie so bekannt werden keine ahnung habe ich noch nie was davon gehört und die würden halt noch ausstehen diese test die würden denke ich mal gegen mittwoch und donnerstag meinte sie in der woche kommen dann kann man schon eher was sagen ob das halt wirklich ms ist oder nicht aber sie wollte mich halt schon mal vorbereiten dass ich mich da schon mal ein bisschen mit auseinandersetzen kann was ich ja im nachgang natürlich schon gut fand aber natürlich klar in dem moment ich habe es am anfang überhaupt nicht gerafft wo ich da auf station war in diesem zimmer die das dann mit diesen herden mir gezeigt hat war dass daher der zu denen also entzündungsherde festgestellt wurden wo ich mir dachte okay das könnte ms sein und ich dachte mir was wie bitte also das war völlig ja und auch die ganze woche irgendwie als ich habe bis heute glaube ich noch nicht so wirklich verkraftet dass ich das wirklich habe es wird auch ein längerer prozess natürlich jetzt sein und ja genau und dann ging es dann eigentlich soweit dass man da jetzt noch abwarten musste zu diesen tests ich habe das natürlich dann erst mal meiner frau erzählt die war natürlich auch völlig perplex ist ja logisch mit so einer nachricht hätte ich ja nie gedacht also ich habe nie in diese richtung gedacht gar nicht andersweise null ja und dann musste ich mich da natürlich erst einmal auseinandersetzen mit dem ganzen thema was natürlich jetzt noch nicht so also ich weiß nicht also so im nachgang wenn ich das wirklich drüber nachdenke ging das alles wie so ein film also du bist da wirklich in so einer blase drin und denkst der was 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 geht jetzt hier ab wo wo bin ich jetzt betrifft es jetzt wirklich mich oder wache ich morgen wieder auf und dann ist wieder alles normal oder irgendwie so aber wurde ja leider nicht nun ist es leider so auch am mittwoch bestätigt worden dass ich ms habe durch diese tests genau die haben ja dann vorher auch noch mal den kopf und die halswirbelsäule da haben selbst am anfang gedacht dass da keine entzündungshelte festgestellt haben obwohl sie was ich dann auch gut fande von der frau lambrecht noch mal von der oberärztin dass sie dann wie dann die diagnose gestanden ist dass ich ms habe hat sie das noch mal den anderen radiologen fachärzt noch mal gegeben und die haben da noch mal drauf geschaut und ein bisschen genauer spezieller was auch immer und haben dann aber trotzdem da auch schon entzündungsleichte entzündungswerte also ganz ganz leichte meine sie gott sei dank entdeckt genau auch dann im bereich vom gehirn dass da nerven schon ein bisschen angetroffen sind und in der halswirbelsäule ja und jetzt wird man halt einmal sehen wie es jetzt dann so weit weitergeht fand ich aber auch noch mal ganz gut dass er sich nochmal absichern wollte ja wie gesagt ich kann wirklich überhaupt nichts davon schlechtreden oder sowas im krankenhaus da habe ich andere leute wirklich gesehen die da wirklich ja von der versorgung her schon wesentlich schlimmer beieinander waren also da war ja manche die haben gar keine oder nur so eine notfallversorgung haben sie irgendwie ja mal gibt es halt einmal koalition und das war es irgendwie aber ja nee also da kann ich wirklich nur positive sagen auch von von der oberärzte die hat sich so viel zeit genommen die hat dann auch an diesen wo es dann halt festgestanden ist dass ich ms habe da waren dann noch mal zwei andere tests wo man noch andere entzündungswerte feststellen kann weil es gibt ja drei stufen von dieser ms es gibt ja einmal diese schubförmige dann gibt es einmal diese mittlere und einmal diese härtere die dann halt wirklich dauer kontinuierlich kriegst du dann immer eine verschlechterung in dein leben rein und bis zur halt bis zu einer behinderung oder rollstuhl man sagt ja das sind ja die die krankheit der tausend gesichter deswegen kann man ja auch nicht wirklich sagen was man wirklich bekommt wie man was bekommt wann ja welche körper regionen betroffen werden was auch immer also ob es jetzt sprachlich oder ob es jetzt geistig oder ob es jetzt wirklich von schmerzen nur ist oder dass man taubheit hat dass man vielleicht irgendwann im rollstuhl landet oder die arme nicht mehr so bewegen kann wie man sie sonst hatte dass irgendwelche gesichtshälften irgendwie glaube ich auch betroffen sein könnte also so genau kenne ich mich leider da jetzt auch noch nicht aus weil es für mich halt noch sehr frisch und neu ist habe jetzt so halt im internet immer nur so ein bisschen recherchiert was halt so sein kann ja aber ich muss auch sagen man muss auch nicht alles wissen irgendwie man muss schon schauen dass wir da halt auch wirklich irgendwie ein weg findet klar ist es wichtig sich darauf vorzubereiten wie es läuft oder was sein könnte aber das der fall nicht einfach dein leben beherrschen und das ist finde ich dass das a und o einfach in der ganzen geschichte ja und dann ging es eigentlich soweit jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift dann ging es dann soweit dass sie am freitag sogar weil da wollte dann mein bruder mich besuchen und meine frau noch mal hat sich sogar die oberärzte noch zeit genommen über anderthalb stunden war sie dann da noch gesessen und hat dann auch meinen angehörigen das so ein bisschen näher gebracht und erzählt hat uns noch ein paar flyer gegeben und so ja genau und dann lief es eigentlich so ab dass ich dann an diesem samstag danach bin ich entlassen worden da habe ich dann 5 6 ne ich habe am montag genau habe ich die erste kortison bekommen von 500 milligramm wurde aber dann natürlich gleich an dem dienstag erhöht auf ein gramm das habe ich dann von dienstag bis freitag habe ich dann ein gramm kortison bekommen in der hoffnung dass es nebes bis nebes samstag genau bis samstag tschuldigung bis samstag habe ich einen gramm kollison also ich habe jetzt fünf tage ein gramm kortison bekommen und einen tag für 500 milliliter und dann wurde ich am samstag dann entlassen nach der letzten kortison gabe ja wie es verkraftet habe war es nicht so dolle muss ich ganz ehrlich sagen weil das hat mich schon also allein schon vom kreislauf herz mich so runter gehauen ich habe auch immer ein bisschen schwer luft bekomme ich jetzt hat immer noch sogar halt natürlich wird man aufgedunsten das sieht man glaube ich so ein bisschen dass man halt einfach ein bisschen geschlaucht fertig ist ja habe dann auch gemerkt dass ja was hat dann das problem war auch mit diesen taubheit und sowas das ging ein bisschen zurück oder dieses dieses gefühl wie man so auf wolken läuft das konnte ich dann immer ganz einsortieren ob das jetzt hat wirklich von dem kortison kam als angeschwollen war oder ob es jetzt wirklich halt durch die erkrankung durch diesen ms schub war das kann ich bis heute irgendwie noch nicht so wirklich nachvollziehen weil ich habe es jetzt noch gott sei dank ist dieses krippelgefühl fast weg ganz ganz minimal habe ich noch und dann halt diese taubheit ist auch noch ein bisschen minimal ist es manchmal mehr mal ein bisschen weniger wenn ich mehr lauf dann merke ich dass es ein bisschen mehr kommt aber das weiß ich halt alles noch nicht ob das dann wirklich jetzt von diesem kortison kommt weil es aufgeschwommen ist geschwollen oder halt ob das wirklich von diesem schub kommt das muss man jetzt alles noch mal so ein bisschen wie gesagt für mich ist das ja auch alles neu ich will euch jetzt einfach nur so ein bisschen die erfahrungen teilen was was ich jetzt so gerade durchleben musste ja von der luft her ist es bei mir immer noch ein bisschen schwer muss ich sagen es wurde dann auch weil ich ja krone auch hatte im krankenhaus dann auch noch mal die linie die 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 lunge geröntgt und ein lungenfunktionstest da ist gott sei dank alles soweit in ordnung also da brauche ich mir keine sorgen zu machen aber es ist halt durch das kortison ihr kennt es wahrscheinlich wenn ihr auch da betroffen zeit oder was oder wenn ihr anderweitig schon mal kortison nehmen musste da ist es halt der nachteil obwohl ich wirklich dankbar bin dass ich dieses kortison bekommen habe weil dadurch hat sich schon deutlich was verbessert leider gottes wie gesagt bin ich am samstag dann entlassen worden und sonntag ging es dann leider so weit mit dem prickeln und sowas ist ein bisschen zurückgegangen das hat ganz gut angeschlagen aber dann ging mein linkes auge los dass ich da beschwerden habe im linken auge das ging dann so weit dass ich so übelste kopfschmerzen bekommen habe und halt dadurch natürlich auch motorisch komplett eingeschränkt war ich bin umgelaufen wie wenn ich besoffen wäre also fast nichts mehr gesehen irgendwie habe dann koordinationsprobleme gehabt und habe dann gemerkt dass halt in meinem linken auge immer so wie so ein schleier drüber ist und im nachgang gott sei dank jetzt noch also bis heute noch nicht irgendwie dass ich schwarze punkte habe das halt irgendwie komplett irgendwie was ausgefallen sei irgendwie am auge ich habe jetzt bis heute immer noch so ein schleier was jetzt ein bisschen besser geworden ist genau und das ging dann leider gottes danach los an diesem sonntag und dann hat es sich eigentlich so weit hingezogen ist es leider nicht wirklich besser geworden sogar ein bisschen schlechter am montag und dienstag und dann am glaubt am weiß jetzt hat gar nicht mehr muss ich jetzt selber mal überlegen genau an dem an den mittwoch habe ich dann noch jetzt habe ich ein bisschen den faden verloren ja genau an dem an dem mittwoch habe ich dann noch ein hausarzt termin noch gehabt bei meiner hausärztin weil ich ja den brief da bekommen hatte und sie wusste ja von meiner erkrankung noch nichts und so und ich musste ja dann auch ich bin ja schon seit dem 14.2 22 jetzt auch krank geschrieben von dem ganzen und da muss sie natürlich jetzt eine verlängerung und dass ich halt da noch weiter krank geschrieben wird und ich wollte das einfach mal so ein bisschen erklären und sagen dass sie da auch bescheid weiß dass ich da eine ganz gute versorgung habe und grundessen bin ich dann am mittwoch halt zu der ärztin gegangen habe ich das dann so geschildert auch mit meinem auge und dann meinte sie ja okay weil ich bin halt auch an dem samstag so entlassen worden wenn es nicht besser wird oder wenn irgendwie noch was aber was aufkommt soll ich mich noch mal auf station melden und dann muss ich leider noch mal ins krankenhaus und dann wird halt noch mal korrektion gegeben und da meinte auch die hausärztin also sie würde mir das wärmstens empfehlen da halt dann noch mal weil mit den augen sollte man nicht spaßen es habe ich auch im internet gelesen dass das auch bei den ersten schüben sag ich mal oftmals so ist dass dieses der augennerv damit betroffen ist weil es ist einer der größten nerve im körper und die werden meistens am ersten dann halt mit betroffen leider gottes und ja genau das war dann leider bei mir auch so der fall grund dessen habe ich mich dann auch entschlossen an der mittwoch nach dem hausarzt oder nach der hausärztin mich dann wirklich noch mal in der station zu melden da hat dann auch die oberärztin habe ich dann gleich dran bekommen gehabt das war ganz gut mit da habe ich das dann so besprochen dann meinte ich sie okay soll sofort wieder ins klinikum kommen wieder auf station es ging gott sei dann ganz gut weil durch corona war ja security und dann kommt man eigentlich nur als mit einem test und besucher dürfen glaube ich nur von 15 bis 19 uhr rein und so was da waren halt noch gute auflagen und sie meint irgendwie ganz ganz chillig irgendwie ne da kommt so einfach auf stationen muss ich da wieder über die notaufnahme das ist wieder ewig da kommt es einfach hoch das passt dann schon nicht so geht auch wenn jetzt mal gespannt bin dann hingegangen habe gesagt ja okay ich muss wieder aufgenommen werden aber das war dann eigentlich ganz entspannt von der security augen soll ja ja und jetzt war ich dann vom mittwoch den 30 dritten genau bis zum ersten vierten jetzt noch mal drei tage weil ich jetzt noch mal da bin ich jetzt gestern entlassen worden habe dann noch einmal drei tage zwei gramm kortison jetzt bekommen bin jetzt seit gestern entlassen worden nach dieser kortison therapie noch mal nach der stärkeren ja wie es mir heute geht ich sage mal besser wie jetzt die woche zuvor beim ersten mal kortison aber halt noch nicht optimal also mit dem auge wird schon langsam bisserl habe ich so den eindruck besser es kommt immer darauf an also in der früh wenn ich aufstehe heute früh war es so dass es ja nicht fast weg war dieses schleierliche jetzt hat unterm tag natürlich wenn ich jetzt das wieder mehr beanspruche beim schauen und alles oder wenn ich mich jetzt so auch ein bisschen mehr beanspruche beim haushalt oder halt einfach so ein bisschen rumlaufen weil wir haben ja auch den hund ich muss natürlich immer mal ein bisschen gassi gehen oder sowas dann merke ich schon dass es immer mehr so stufweise mal ein bisschen schlechter wird aber das kommt immer das ist wie halt so ein schub ich das weiß ich halt alles noch nicht ob das jetzt hat von diesem ms schub noch kommt deswegen ist es manchmal schlechter manchmal besser oder ob das halt wirklich von dem kortison weil sie meinte wie sie mich jetzt gestern gelassen hat es kann auch noch ein paar tage jetzt nachdauern bis erst einmal das kortison so wirklich wirkt ja und jetzt habe ich noch zur nachsorge noch mal kortison muss jetzt drei wochen zum ausschleichen nehmen für zu hause muss jetzt noch drei wochen das nehmen und da meinte sie jetzt auch wenn es halt jetzt leider immer noch nicht besser wird jetzt bis mitte nächster woche soll ich mich jetzt dann am mitte oder dienstag mittwoch noch mal bei ihr melden wenn es da leider immer noch nicht besser wird dann müsste man über eine blutwäsche nachdenken das ist ja so die letzte station sage ich jetzt mal was man halt so machen kann bei so ms schüben das ist wie dialyse da wirst du halt auch an einem gerät dran gehangen wo er dann das blut gereinigt wird und da hofft man sich halt dass man diese ganzen anti körper die mich ja da angreifen oder so was halt aus dem blutkreislauf raus bekommt und dadurch halt an diese entzündungswerte zurückgehen und es dann vielleicht auch mit dem auge also ich hoffe dass mir das erspart bleibt dass ich jetzt bis dahin ja sage ich mal dass mit dem auge und so und auch mit den füßen sich bessert bei mir was jetzt ganz noch vergessen habe war auch immer mir ja auch so das sind das problem war oder bis jetzt immer noch leider so ist weil ich halt in der wirbelsäule da so entzündungen drinnen habe dass auch ganz massiv meine ja meine beine auch natürlich mit betroffen sind mit diesen grippeln und so was und auch halt dass ich nerven schmerzen zwar auch in den knien und in den füßen da muss jetzt leider auch immer schmerzmittel dafür nehmen da hoffe ich mir dass das dann jetzt durch diesen schub dann wenn der mal ein bisschen vorbei ist das kann man ja leider gottes auch immer nicht so sagen wie lang so ein schub dauert es kann manchmal nur 48 stunden gehen ich glaube nach also wenn es länger als 48 stunden ist dann geht man von einem richtigen ms schub aus und es kann ja auch eine woche sein es kann mehrere wochen sein es kann ja auch nicht wirklich wie man so sagen und da hoffe ich mir dass es halt ein bisschen besser als dann auch wieder wird was ich da jetzt noch große probleme auch noch habe ist halt im bereich den hoden und penis und sowas also dass es da auch hilft bereich und sowas sehr rein zieht also meine meine hoden die sind auch sehr ja ja wie sag ich schon das jetzt halt halt ja schmerzen einfach wie sau wie sag ich jetzt am besten dies ist wirklich nicht so tolle also da tut es halt wirklich massiv weh mit der blase habe ich am anfang auch so ein bisschen probleme gehabt nicht also gottes ist zum glück jetzt nicht weil das habe ich auch schon gelesen dass du da manchmal das nicht mehr so halten kannst das war jetzt zum bei mir gott sei dank nicht so aber ich habe immer das gefühl gehabt dass ich irgendwie auf die toilette müsste obwohl es dann nur ein bisschen was kam das war noch so ein bisschen eine leichte beeinträchtigung was ich dann hatte ja das war jetzt so eigentlich was jetzt schon ein bisschen besser wieder geworden ist durch die kortison gabe glaube ich hat sich da jetzt auch viel wieder gebessert und jetzt wenn wir einfach weiter sehen also ich bin wie gesagt ja auch erst am anfang ich weiß noch nicht so wie das jetzt alles so abläuft ich habe jetzt bin ja jetzt gestern entlassen worden jetzt am dienstag wurde mir eine andere ärztin im nordklinikum noch empfohlen die für ms sich da spezialisiert hat da habe ich jetzt am dienstagen termin da wird es jetzt dann weitergehen mit dieser immuntherapie da wie das dann alles abläuft da gibt es ja auch ganz ganz verschiedene therapiemöglichkeiten da habe ich jetzt nur glück gehabt dass ich jetzt wirklich das auch so früher erkannt worden ist dass es noch nicht so massive entzündungshärte gibt in meinem körper das eigentlich die meinte dass es eine sehr gute therapie chance möglichkeit gibt auch glaube ich mir dieser basis therapie aber das weiß ich alles noch nicht so wirklich wie sich das alles so jetzt entwickelt was dafür möglichkeiten gibt das wäre jetzt dann alles einmal am dienstag erfahren weil es halt für mich jetzt wie gesagt auch sehr frisch ist und ich wollte jetzt einfach dass ihr so ein bisschen meine eindrücke und wie ich das jetzt so empfunden habe und so ein bisschen euch näher legen ich hoffe dass sie da auch ein bisschen so einen eindruck jetzt gewonnen habt genau wie gesagt am dienstag ist jetzt noch die die therapie für die immuntherapie wie es da dann weitergeht weiß ich jetzt leider auch noch nicht wie gesagt ich bin jetzt natürlich erst einmal noch krank geschrieben habe jetzt genau auch die möglichkeit noch bekommen was mir jetzt noch ganz wichtig war auch auf eine rea noch zu bekommen zu gehen weil ich mir dadurch auch mehr noch ein bisschen zu erfahren wieso die vor boden sind auf was man so noch ein bisschen achten muss dann vielleicht kriegt man auch noch ein bisschen erklärt was genau jetzt das ms so ist wie die schübe sein könnten was so wie schon sagte gerade ist die vor boden dann vielleicht sind irgendwie genau das mal einfach mit der ganzen thematik sich noch ein bisschen mehr auseinandersetzt das hoffe ich mir dadurch dann vielleicht auch natürlich irgendwelche übungen da noch zu bekommen wo man dann im nachgang vielleicht auch noch ein bisschen vorbeugen kann ja natürlich auch ernährung oder sowas da wo man sagt okay man muss sich da auch noch mal ein bisschen mehr mit befassen ja und das bekomme ich jetzt auch noch das wird jetzt alles so im nachgang passieren jetzt halt noch mal zu dieser blutwäsche da muss ich ja jetzt dann noch mal in der hoffnung dass es jetzt besser wird dass ich das nicht machen müsste wenn ja dann haben wir jetzt so ausgemacht dass ich mich jetzt am mittwoch dann noch einmal melde also dienstag mittwoch krankenhaus und dann wird sich entschieden ob ich da diese blutwäsche wenn das erfolgt dachte ich okay das wird halt einmal so gemacht ist leider nicht so das wird mindestens fünfmal gemacht also da bin ich über eine woche wieder im krankenhaus das wird dann ja täglich und man hängt glaube ich an der maschine wie ich jetzt so gesehen habe es kommt immer darauf an ich glaube zwischen fünf und sechs stunden und man soll natürlich daher danach auch sehr ausgelaugt sein also ich hoffe dass es mir erspart bleibt ja jetzt wird man dann halt sehen aber ich würde euch dann auch immer 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 so ein bisschen auf den laufenden halten weil es für mich jetzt persönlich ganz wichtig war auch das einfach mal so anzusprechen weil ich glaube es gibt so wie auch die ärztin gesagt hatte allein schon den raum nürnberg jährlich 50 bis 100 neue patienten von ms also das ist zurzeit wird das so eine volkskrankheit hier und ich finde es einfach schade dass so wie ich jetzt das gesehen habe es gibt nicht viele die da wirklich offen darüber reden ich weiß nicht ob das für die betroffenen patienten irgendwie so schlimm ist oder eben ich kann es noch nicht so nachvollziehen halt und für mich hoffe ich mir dadurch halt dass man da auch so ein bisschen ja das einfach ein bisschen den anderen menschen ein bisschen näher bringt und wie man sich halt einfach weil ich glaube die krankheit die krankheit sagt man ja die tausend gesichter jeder empfindet das anders bei jedem bricht anders aus bei jedem geht anders damit um und da finde ich es einfach schön dass dann wäre für mich halt persönlich ganz schön dass dadurch halt einfach ein austausch ein bisschen passiert für mich ist es auch wichtig einfach da das loszuwerden ein bisschen drüber zu reden weil es natürlich schon eine schwerwiegende erkrankung ist und man weiß halt nie wie wie es halt funktioniert wie wann bricht sie wieder aus dieses ganze ungewisse ja da war es mir einfach wichtig da offen und vielleicht kann ich da auch irgendjemand helfen der wirklich jetzt hat demnächst irgendwann die diagnose bekommen hat um einfach die erfahrung ein bisschen auszutauschen wie ich das jetzt so empfunden habe was für anzeichen ich so hatte genau und vielleicht ergibt sich dadurch dann auch ihr könnt jederzeit in die kommentare was schreiben ich probiere dass ich alles soweit gut beantworten kann dass da einfach ein austausch ist also das ist das wäre mir wäre mir sehr sehr wichtig das wäre schön ich bin auch in instagram der weltenbummler da könnt ihr mich auch gerne kontaktieren da bin ich jetzt aktuell noch nicht mehr so aktiv weil durch die erkrankung habe ich da jetzt im moment nicht so die möglichkeit weil ich jetzt auch aktuell nicht so verreiß weil das ist eigentlich eher so eine plattform wo ich sage ich mal meine urlaube und sowas ein bisschen festhalte meine fotografie was sich so hobby mäßig macht was sich natürlich auch jetzt beibehalten möchte jetzt umso mehr weil ich einfach bei so einer erkrankung gemerkt habe oder jetzt gerade in so einem prozess bin du musst jetzt dein leben einfach genießen und das in vollen zügen weil du weißt nie wie lange es wirklich noch gut geht wann die nächsten schübe kommen wie es dann ausgeht und genau jetzt muss man schauen auf jeden fall dass man das leben noch schön genießt was man so oder so machen muss das ist klar man muss egal ob man schwer krank ist oder nicht und es gibt glaube ich auch noch genug andere schwere erkrankungen da hat es mich jetzt glaube ich sogar noch ganz gut erwischt so wie jetzt das auch mit meiner mutter so hatte mit krebs und hin und her das brauche ich nicht auch noch toll 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 ja genau wie gesagt ich würde mich freuen wenn ein austausch stattfindet sehr gerne jederzeit ich wünsche euch auf jeden fall was ich halte euch immer wieder mal ein bisschen auf den laufenden wie es jetzt so bei mir weitergeht ich hoffe das war jetzt für euch auch ein bisschen interessant und habe einen leichten einblick darüber bekommen würde mich freuen wenn da ein austausch da ist ich würde mich auch sehr freuen wenn ihr auch ein abo oder ein like da lässt ob euch gefallen hat das ist für mich so immer ein bisschen die rückmeldung ob es euch getaucht hat oder nicht würde mich auf jeden fall sehr freuen und genau wir hören uns wir sehen uns ich wünsche euch was ciao